The Pug Game Genau, und da haben wir, wie es sich gehört, die drei Pugs, welche ich kurz da durchschieben darf. Einmal Kreuzo, einmal Yves, einmal Galdance. Es ist ziemlich einfach, das ganze Spiel. Drei Fragen, wenn für euch die Antwort ja ist, dann sehen wir einen grünen Pug bei den Herren. Wenn sie sagen, nein, definitiv nicht, dann ist die Seite rot, wo sie die Kamera bitte ganz klar und deutlich zeigen. Und verblümt legen wir gerade mal los. Die erste Aussage. Genf und McSorley finden über Ostern das wirklich perfekte Rezept gegen die Brunnerlinie und feiern am Ostermentag den Einzug im Playoff-Final. Ah, okay, gut. Yves sagt ja, die anderen beiden sagen es gerade länger. Zweite Aussage. Wenn es zum Rampenverkauf bei Kloten kommt, dann geht der Galdance persönlich den Peter Cookies-Bag zurück nach Davos holen. Mit oder ohne Kriegskesselchen. Da darf ich nichts dazu sagen. So. Schau für den Muschen. Kannst du ihn ja seitwärts halten. Oh, da ist grün. Ah, nein. Das heißt nicht. Nein. Das heißt nicht. Nein, in dem Fall. Er sagt nein. Okay. Ja. Das ist so der Moment, wo man es geniesst, oder? Und abschliessend. Wir gehen nur ein bisschen in HC Decken. Der Meister ist erwacht. Davos verliert kein Spiel mehr bis zu der erfolgreichen Titelverteidigung. Das finde ich so. Du bist ein recht Opportunist. Moment. Es ist mir ganz sicher, ich kann Davos noch Fragen stellen. Die allerletzten. Dann sind wir durch. Ja oder nein? Nein. Nein. Definitiv nicht. Da müssen wir nur auf diesen Platz stehen. Für nächste Saison ist ja schon alles eine trockene Tür. Nein, ich meine nicht die nächste Saison. Aber die Zeit kommt noch. Aber zuerst macht er noch einen Nussknackerschritt. Dann über die Titelverteidigung. Das ist nur der Nussknacker zuerst. Aber die Zeit kommt noch, Galdens, oder? Genau. Die Zeit kommt noch. Als Arno beim FC Bern Trainer ist. Ja. Was sagst du? Das wäre eine der grösseren Überraschungen in meinem Leben. Von der grössten Überraschungen? Von der grössten Überraschungen in meinem Leben, ja. Und Klaus, wir haben es so angekündigt. Einen, wenn ich den Vertraute von Arno. Das lassen wir jetzt so stehen. Soll ich dich heute zum zweiten, dritten Mal retten? Ist das gut für dich? Nein, kann man so werden. Ja. 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 Ja.